hey ho freunde der dozentenhaltung herzlich willkommen zurück zu hortl und mit dem 19 von 19 tests ich bin extrem gespannt geben sie das gerät im geräte rückgabe komplex ab kuchen warum ist deine stimme so kaputt okay okay kuchen am ende dieses tests gibt's kuchen das ist doch schön zu hören wenn erstmal kameras kaputt machen oh je ich erinnere mich hieran die frage ist wo muss das alles hin so einfach nur okay ja ist gut ich habe verstanden schießt zack so das war das ehre gott ich habe fast ins nichts gesprungen hilfe ducken mitfahren bleibt das lang genug auf nein oh je ganz schön knapp hier btf das ist ja das ist spannend hilfe hilfe warum warum landet das da außen ich mach jetzt mal die kamera kaputt ja das kennen wir ja jetzt schon das wissen wir doch jetzt schon lange aber deinen namen wissen wir immer noch nicht aber du bist einfach computer stimme a ha mal da kann ich auch wir kommen ganz gut voran bis hier hin ich hoffe nur dass ich vorne kein portal gebraucht hätte hilfe okay ich habe nicht absolut wir haben auch musik und die ist ziemlich angespannt ja ja ende ich habe aber keine lust da drin abzufackeln okay okay das geht da ist ein radio weißt du was screw you i'm out of here was machen ja stopp jetzt ich 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 wir freuen uns dass sie die letzte schwierigkeit überstanden haben wo wir so taten als wollten wir sie töten wir sind sehr sehr froh über ihren erfolg mhm ja absolut stellen sie das gerät ab und legen sie sich mit gestreißten armen auf den bauch wüsste nicht warum ich das tun sollte nein nein jetzt reicht es mir nein mir reicht es jetzt wie gesagt dann verpasse ich das fest eben ich will nicht mehr das war zu niedrig ok jetzt weiß ich bescheid aber ich will nicht hier ich 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 mach gerne party aber nicht mit dir denn wegen dir ist der kawaii kubik tot klar und da hab ich jetzt da brauchst du gar nicht erwarten dass ich noch irgendwelche luste auf dich hab und deswegen hau ich jetzt ab ja ja tschüss wir geben eine party zu ihren ihres enormen erfolges nein abgelehnt stellen sie das gerät ab und legen sie sich mit gestreißten armen auf den bauch ein party mitarbeiter kommt sofort um sie zu ihrer party zu bringen ich dachte schon doch ja dann verpasse ich das fest eben ich mach mein eigenes fest wenn ich hier draußen bin wo sind sie sie sind doch hier ich kann das fühlen hallo oh äh ok warum einfach wenn es auch umständlich geht ne aber wir haben jetzt keine lust mehr auf deine party wir machen jetzt unsere eigene party ich weiß zwar noch nicht wo aber irgendwo wird schon passen denn auf dich hab ich keine lust mehr du warst gemein zu kawaii kubus wegen dir musste ich ihn umbringen und jetzt reicht's jetzt ist Schluss mit lustig jetzt mach ich was ich will die frage ist nur wo mach ich was ich will ok komm ich hier auch irgendwo aus nein guck mal da ist ne testkammer ich seh aber grad gar nicht welche warte ach das war eine der ersten ne die angeblich unlösbar war das dürfte die gewesen sein wo muss ich denn hin das ist ja jetzt the question hier you know this is a question nein ich spreche gott sei dank nicht so englisch ich geh einfach mal nach da oben hallo Dankeschön bringt mir das was wenn ich hier oben bin nee oder da hinten geht's weiter ok nix doch hab ich das ist die falsche Richtung the cake is a lie ja das weiß ich jetzt auch wollte mir Kuchen bringen und wollte mich schon lassen umbringen gehen wir mal ins kubus system vielleicht finden wir hier einen kawaii kubus das war doch schön huch da wollte ich nicht abbiegen Hilfe ah das ist unkontrolliert ich kann nichts steuern Hilfe ah ok wir sind auf einem Aufzug gelandet ok der Test ist vorbei gewonnen gehen sie zum Rückfahrbekomplex zu ihrem Kuchen der Test war toll und wir sind beeindruckt nein mir egal kommen sie zurück wo komm ich denn jetzt weiter ah hier ist der Aufzug nicht mehr da ok der Kuchen ist abgeschnitten ich hab gesagt sie sollen warten aber sie wollten nicht es ist aber noch da wenn die Welt verarbeiten krieg dich mal unter Kontrolle Mädel dann können wir weiter reden so wird das hier aber nix und der Kuchen mag vielleicht angeschnitten sein aber sobald ich hier raus bin gehe ich erstmal zum Bäcker und kaufe mir ein leckeres Stück Käsekuchen sobald ich sobald ich hier draußen bin Frage ist wie komm ich raus äh ich muss irgendwie da rauf kommen würde ich doch mal sagen hier da komm ich rauf ah zack los hoch äh komm ich komm ich da nicht so hoch oder kann ich weiterspringen als ich grad denke ich komm da doch so nicht hoch aber ich kann da ein Portal reinsetzen oder oder ich glaub schon Total und jetzt muss ich nur noch irgendwie da reinkommen da geh mal weg da geh mal weg da geh mal weg da hallo kann ich nicht dann eben hier so und jetzt warte ich bis es wieder zurück kommt ich komm hier schon raus ich komm hier schon irgendwie raus keine Sorge so und nochmal weiter wo bin ich denn jetzt komm ich da so rüber ja anscheinend theoretisch schon na spring doch Dankeschön so oh lade Daten nächster Abschnitt aber wir sind jetzt auf der Flucht Leute keine langweiligen Tests mehr oder keine Tests mehr halt das ist mir sowas von egal komm komm gar nicht hoch dann halt nicht äh was was nun okay ich glaube ich weiß was nun warte mal bis der hier wieder kommt und dann springen wir mal da rein also da rein so ich weiß nicht ob das dazu gedacht war help the cake is alive ja die wollten uns hier mit Kuchen locken und dann wie gesagt in den Tod stürzen aber nicht mit uns ne auch wenn der Kuchen jetzt angeschnitten ist das ist mir egal ähm und nun was mach ich hier nun nisch muss ich nicht hier rein gehen wir mal nach da drüben vielleicht ist hier mehr da geht es wieder nach unten ne ne bringt mir auch nix ok ähm ja was bringt mir dann was ist die andere Frage ich kann oben mal in den Deckenportale setzen aber ob das jetzt irgendeinen Sinn und Zweck hat ist die andere Sache äh ich muss irgendwie da rauf kommen kann aber hier auch kein Portal setzen und ich würde nicht weit genug fliegen unten am Boden kann ich ebenfalls kein Portal setzen ähm ich übersehe irgendwas ich übersehe mit Sicherheit irgendwas was ich geh nochmal raus da ach ich wollte eigentlich da drauf aber egal aber von da komme ich nicht da drauf das ist zu niedrig ne das ist zu niedrig und du gehst wahrscheinlich auch nicht höher oder? da kann ich nicht reinschießen was übersehe ich? ich übersehe irgendwas wie gesagt mit denen den da hinten komme ich bis an die Decke hoch es ist auch schon so schön markiert aber was bringt mir das? was bringt mir das? ist mir ernsthaft ich bin grad ein bisschen zurückgeblieben scheinbar ähm ich guck mich nochmal um wenn ich grad wirklich zu blöd dafür bin mal gucken ich geh einfach mal da rauf und guck mal ob ich nicht irgendwo da hinten im Portal sitzen kann da oben drauf aber ich wage es zu bezweiten ne ich kann ok das war ja dann doch einfacher als ich dachte muss ich hier runterspringen? anscheinend oder? da komme ich nirgends ich habe gar nichts gedrückt ok einfach mal einen Schuss gelöst den ich nicht mal ausgelöst habe nein 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 denied war nicht toll seh ich gar nicht ein ach ich hoffe ich werde nicht zermalmt sobald ich da reingehe hey jetzt ich will doch nur irgendwo mit hochfahren jetzt lasst mich doch mal mit rauf ihr seid total gemein ich hoffe wirklich ich werde hier nicht zermalmt in genau der Sekunde genau das meinte ich das ist genau das was ich meinte ok dann halt nochmal setz ich einfach nach da hinten so zack hör was hör was was war denn jetzt warum bin ich nicht durchs Portal gekommen jetzt darf ich mir das nochmal anhören was sie sagen darf ich jetzt da rein dankeschön so reicht mir da der schwung ach so ach so ich muss warten bis es ausgefahren ist ok dann warten wir halt nochmal kurz weil das war mir jetzt zu riskant ich weiß wie lange die ausgefahren ist aber wir kommen voran und das ist doch schön so ich sehe nichts Hilfe ähm so so what's next woüber sehe ich jetzt schon wieder ein portal fähiges Wandfragment Wand achso IC aber da hinten bitte so so und dann springen wir mal was das war zu hoch willst du mich veräppeln hab's extra hoch gesetzt damit ich eben weit genug fliege und dann lande ich extra und dann lande ich mega an dem Dachbalken dran das ist doch wohl echt nicht wahr hier ich glaub's nicht ey ich glaub's nicht Dankeschön so um Gottes Willen aber wir können es uns einfach machen hier sind sie ganz falsch ja ja das lass mal meine Sorge sein es ist noch nicht zu spät zu funktionieren ich bin nicht böse und jeden Tag nicht zu tun Hilfe? um Gottes Willen wo muss ich da überhaupt raus ich will hier grad so ein bisschen Übersicht mit 50 Pipes hier ich seh gar keinen Ausgang da das heißt ich muss das heißt ich muss oh du bist im Weg du bist im Weg nein nein oh da muss ich gar nicht rein Aua was hat mich denn jetzt oh okay und da hinten wär dann nochmal ein portalfähiges Wandstück okay 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 I got this shit I got this lass mich doch nochmal da hoch Alter da will ich doch nur langen so bin ich drin? ja ich bin drin okay 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 I got this muss ich hier runter? da ist Wasser bin ich hier falsch? ich kann hier Portale setzen aber was bringt mir das? ich glaub ich bin hier falsch ich glaub ich bin hier falsch und jetzt sagen wir bitte nicht ich muss mich umbringen bin ich hier wirklich falsch? das wär doof oder komm ich hier weiter ah sehr schön ja ja genau es ist irgendwie komisch wenn man darüber nachdenkt irgendwann können wir darüber lachen und lachen und lachen oh man der kommen sie noch einfach zurück ich frag mich grad wie ich weiterkomm zurück will ich ja gar nicht ich hab hier hinten portalfähige Wände aber da komm ich nicht hin lass mich nochmal okay oh Gott das kann ja gar nicht gut gehen Hilfe ich hab's geschafft okay 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 wir kommen gut voran wir kommen gut voran das muss ich sagen bis zum nächsten Mal